Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Descenders. Wie ihr wisst, oder die Wand denke ich mal von euch wissen, ist es schon ein paar jährchen her. Ich glaube drei Jahre oder so, wo ich jetzt meine Folge Descenders aufgenommen habe. Das war auch meine erste Folge Descenders. Und ja, heute schauen wir mal einfach. Heute machen wir, wie man sieht, einen Mario Kart Bike Out. Also ein Parcours. Nein. No. Tim? Ja? Ich bin hier hingefallen. Ja, passiert. Mach weiter. Ne, eigentlich muss man neu machen, wegen Minus Aura. No, Tim. Mach mal, mach mal. Nein. Danke, weiter. Oh Gott, ich schaff's noch hin. Ja, easy. Oh, bruh. Ich bin dann bei den Dingern aufs Maul geflogen. Ach. No. Na, du musst aber an der Seite rumfahren. Ah, jetzt hab ich's. Ah, bitte nicht. Fahr, fahr, fahr. No, du, no. Ich glaub, Ego ist das Bester besser, ne? Ja, Ego ist ja Bester. Ha! No, ich reise mir da vorne immer die Glatze. Kann ich dir sagen. Ich bin zu weit gefahren. Und? No, nee. Na, ich nicht. Aber... Ich bin zu dörf gefahren. Weißt du, weil ich bin dann vorne, das... No. Ich bin immer... Ich tippe zu schnell. Und dann falle ich mir dann gegen das Ding war. Jetzt... No, das gibt's auch nicht. Wo bist denn du? Na, ich bin noch bei, äh, bei den Kugeln. Ja. Ich warte mal auf dich, da kennst du dir immer anschauen, was hier passiert ist bei mir. Ach so. Ach so, ja. Ich seh das auch. Ach so. Du setzt da an den Checkpoint? So. Ich bring hier eigentlich immer gleich dort auf. Scheiße. Aber, aber... No. 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 Das kann mir nicht liegen. Ach, Fäße. Ja, geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Ja. Hat's wenig gerade falsch angehört sind. Oh, Gugen Strampel. Ja, gut, nochmal. Gleich kann Bälle, ach guck. Ich weiß, das hat's geschafft beim ersten Mal. Ach so. Weil das ist kraft. Ich kann ja beide kaum nicht. Oh, Gugen Strampel, aber hier. Oh, ja, guck. uns nicht und jetzt ist es aber diese einfach einfach nur noch nicht auch nicht Ist hier hoch? Oh, Alter, bin ich geschrocken. Alter, diese Drecksbahn. Ja, wirklich, dies Maastricht, ne? Nur weg, ich krieg die Bälle nicht hin. Nur, ich krieg die Bälle nicht hin. Die Bälle sind aber easy eigentlich. Ich hab irgendwie kaum nicht die Power dafür. Diese Bahn ist übelst schnell, ne? Ja, ich wär's. Aber die hast du immer an dem Klingeln, die die macht. Deswegen kannst du die voraussehen. Na, ich krieg's ja wirklich hin. Das ist ja einfach eine Mario Kart Strecke, ne? Ja. Geil, Tim, ich warte hier auf dich. Warte mal kurz auf den Tim. 2.000 Jahre später. Da kommt doch der Tim. Ich, ich geb ihn mir Mühe, ja? Nein, das wird nichts. Ah! Ja, Checkpoint. Bin da. Und er ist endlich da. Äh, endlich. War ja auch mal Zeit. Äh, wird ja... War auch mal Zeit. Wird... Wird ja auch mal Zeit. Ne. Das war nichts. Oh, Scheiße. Die Außen-Cuts, äh, ich weiß, das hat sich ziemlich falsch angehört. Einfach ignorieren, okay? Danke. Oh, ich hätt's eigentlich geschafft, ne? Das ist auch einfacher als der... Ja, hätte die Bimmelbahn mich nicht gewollt, hätt ich's geschafft. Wie, hä? Ey, Wack. Die Bimmelbahn. Du musst mal... Du musst mal vor der Schufe abspringen. Oh, Mensch, kommst nicht hin. Na, wird schon abgenudelt. Na, Ne, Wack, du musst... Na, Ne, Wack, du musst... Na, ne. Na, ne. Na, was ist denn das? Ach, finde ich das Ding nicht aufrichtet. Der Bimmelbahn. Nee, ne. Umrufe, du, 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 du... Die Doppel-catch. Nur einer. Oh. Oh, Scheiße. Ich wurde von dem Ball aufricht. Ach so? jetzt von der kugel schon wieder von der kugel jetzt wird diesen raketen ist auch wie hessen die noch mal kugel willis oder so war das jahre her wo ich mache records mal gespielt hat weil man kann es ja nur auf der switch und das letzte mal habe ich es auf der switch von dem lieben film gespielt den ihr auch kennt ja meine videos schon länger verfolgt das ist ein paar jahre her ich hab's mag ich hab's ich hab's ich hab's ich wollte jetzt auf dich mal das gleiches ende ich weiß es gibt eine abkürzung die ich jetzt nicht weg ich wollte ich von zurück es gibt eine abkürzung ja ja gut wird hier hinten und vormaligen sind und dringend ist ich bin das schon ich krieg's kommt nicht ich bin doch schon da kennst du das wenn du es immer schaffst außer jetzt ja komm noch mal weiter die Bimmelbohrn kommst du sauf und fertig und weg oh really jetzt so schade nicht geschafft ja geil haben es geschafft ja ich fand es war sehr schön ja schön Mario Kartensstrecke habe ich auch noch nie gesehen deswegen ja wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ja dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video A3 Leute Ciao 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 Ciao